Wachsen mit der HOMAK Group. Individuelle Lösungen von klein bis groß. In der HOMAK City auf der Holzhandwerk 2016. Die neue Generation der Fensterbearbeitungsmaschinen. Der Power Profiler BMW 800-900 ist erfolgreich im Markt angekommen. Für die Kunden ist dabei besonders die gestiegene Flexibilität ein Pluspunkt. Wir können jetzt also Teile jeglicher Form hier fertigen, sprich gerade Teile, wir können gebogene Teile fertigen und wir können auch flächige Teile fertigen. Und der zweite Hauptvorteil ist, dass wir insbesondere sehr schmale und kurze Teile gerader Art im vollautomatischen Durchlauf fertigen können. Möglich macht das die neue Greif- und Spanntechnik. So können sowohl gerade Teile als auch Bogenelemente und Türen bearbeitet werden. Es ist so, dass wir einen speziellen Manipulator, ein spezielles Handlingsgerät in der Maschine drin haben. Das heißt, wenn ich Teile eben umspanne von einer Bearbeitung zur anderen Bearbeitung, dann kann ich das also dreidimensional völlig frei machen. Ich kann das Ganze in der Länge verschieben, ich kann das Ganze in der Höhe verschieben und ich kann das Ganze auch noch in der Tiefe verschieben. Also wie wenn ich das quasi, wie wenn ich meine Hand nehmen würde und völlig frei das Teil neu positionieren könnte oder würde. Flexible Fertigung und eine hohe Leistung auch bei komplexen Arbeitsabläufen. Das ist der Power Profiler BMW 800-900, der HOMAG Group.